Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Call of Duty Modern Warfare. Jetzt leveln wir die SCAR hoch. Die geht bis 65. Da hatte ich noch bereit gemacht die Striker, die MP5 und die SKS. Die liegen alle zwischen 53 und 57. Ich dachte vielleicht muss ich auch die Pistolen ein bisschen leveln. Also hätte ich gewusst echt, dass das XP wenn es länger geht, dann hätte ich das gemacht. Ansonsten machen wir trotzdem 24 Sieben Shipment und wählen uns hier diese Tokens. Doppelte Waffen EP. In einer Stunde sind drei Folgen und in drei Folgen haben wir fast eine Waffe aufs Maximum geholt. Hier ist vielleicht nicht ganz ideal, aber ich sag mal um die zu leveln, kriegen wir es auf jeden Fall damit auch gut hin. Solange 24 Sieben Shipment da ist und ich werde jetzt auch noch mal die zwei Stunden nutzen. In den zwei Stunden, also in den nächsten sechs Folgen kriegen wir hoffentlich die SCAR und ich weiß nicht ob ich die SKS oder MP5 oder die Striker nehme. Das weiß ich noch nicht. Und gucken also, ich hab hier die Nettie zum leveln, hier ist noch die AKS, die Striker, die SKS, die MP5, wahrscheinlich die MP5 ich weiß eh schon am höchsten ist. Das weiß ich schon am höchsten. Das weiß ich schon am höchsten ist. Ja lol Ja lol Ja lol Hä?! Wie konnte der Damenwirke schon auf mich schießen? Die Teele halten manchmal Ausgabe Immer die Leute mit ihrem Schild Die Teele halten Die Teele halten manchmal aus dem Ganzen Die Teele halten manchmal aus dem Ganzen Die Teele halten immer wieder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, er kämpft da nicht mehr Dafür kämpft er da Oh, war klar Camping is all you got Werf doch die Scheiße Alter 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 Oh. ... ... ... er kann dann einfach wegkennen 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020